Herzlich Willkommen zu Omdi2 der Omnibus Simulator. Heute sind wir in Städte Reieck V3 und wir haben heute den MAN von der Deutschen Bahn und ja ich kann euch noch was besser erzählen über mein Dänemark Urlaub und ja jetzt werden wir erstmal hier erstmal wenn wir alles an machen den Motor anschalten und so und ja okay so 06 9 0 0 Route 0 also wir fahren heute mit der also wir fahren heute 69 Linie 69 stimmt so ok ich bin nicht drauf gekommen Linie 69 ok ok gut so ok so ok 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 gut so 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 gut ok route 01 also wir fahren heute von der fachhochschule und so können wir weiterfahren so die tür muss auch noch zu ok gut zack 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 wir haben heute den rheinland bus ok schön sachte fahren und schön gemütlich fahren so ok ja gut ok so jetzt müssen wir links rechts meint die typischen deutschen nummernschilder die typisch deutschen da wir heißen die ach ich habe vergessen also die schilder wo die dörfer und draufstehen so ok supi fand nicht so schnell und ja ok ist eingefallen ortseingangsschild genau so bekommen wir uns grün wird und dann fahren wir weiter so ok jetzt ist grün jetzt können wir fahren gefahren einfach weiter jetzt können wir jetzt ein bisschen gas geben aber nicht zu vier so supi wir haben bis jetzt nur eine einfache hast glaube ich ist die alte oma wo müssen wir müssen jetzt geradeaus oder das rot ja 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 ok guck mal grün wird vielleicht schild ein bisschen hochziehen ok so schöner abend hier in städte breieck schön sonnenuntergang und das kurze feierabend ok also cool so jetzt müssen wir hier in die busspur rein ganz gemütlich und sachte fahren hier und bremsen gut guten tag auch kommt ihr überhaupt mal ok man hat so hat der busspur passt so fahren wir jetzt weiter müssen wir rechts links ok einmal bisschen vertan hier ok dann müssen wir rechts einmal lang also alte landstraße ok so also um sie ist glaube ich von 2010 2003 jetzt 2003 ok seit 2003 10 so ok so dann gibt ein bisschen gas und dann müssen wir geradeaus da sind die plattenbauten so dann müssen wir jetzt so 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 dann müssen wir jetzt links einmal einfahren wird rot oder grün wird rot ok das ist jetzt natürlich scheiße so so gut da sehen wir ob grün ist oder nicht aber ich will gleich gleich so ja schickt auf jeden fall mein neues video ab von fahrgäste projekt und natürlich auch dieses video hier jetzt ist grün jetzt können wir fahren einmal links ok ja gut haben wir gut gemacht und die fahrgäste haben nämlich einmal gemeckert er tierpraxis so gut dann fahren wir jetzt hier durch das durch die alt die stadt sozusagen so ich glaube es ist ganz schön eng hier rum perfekt ok hier oben rein taxis so ok dann fahr ich hier einmal der der barbaros platz schön sagt sie bremst und ja morgens her so ok dann fangen wir weiter ganz schön leere straßen hier in in schüter dreieck als grün so aber jetzt rot warten wir bis grün wird so donnerhain linien 69 alter so wenn euch das video gefallen hat dann lasst ein abo da und ein like ich würde mich freuen tschau